So, sie kommen hier. Logisch. Die Sieger. Wollen wir hoffen, dass er weitergeht hier. Immer weiter. Logisch. Wollen wir sehen hier. Das Auslaufen ist beendet. Alles klar. Logisch. So wollen wir das sehen. Wunderbar. Klasse. Ich will sie mal heute nicht ansprechen. Habe ich schon mit geredet. Alles klar. Die Gesichter sagen alles. Alles freundlich, alles nett. Alles gut. Gewonnen ist gewonnen. Drei Punkte ist sank. Besser geht's nicht. Alles klar. Tschüssi. Tschüss. Schönen Sonntag. Wollen wir sehen, dass die U21 nachher noch gewinnen. Dann ist Peter rundherum zufrieden. Na, der HSV. Tschüss.